Sarah Wagenknecht sagte zur Vereinsgründung, viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Die Ampel aus SPD, Grün und FDP ist für sie gewissermaßen die schlechteste Bundesregierung ever. Ist das denn so, Herr Held? Naja, also ob Frau Wagenknecht alles besser machen kann, da habe ich tatsächlich auch meine Zweifel. Wir müssen ja auch tatsächlich sehen, wo sie herkommt. Und das war ja nicht so, dass es völlig unumstritten war. Sie hat in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht vom Image gewonnen. Aber trotzdem, glaube ich, ist ihre Kernheimat schon ganz links und kernkommunistisch. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, diese Parteigründung kommt ja auch nicht sozusagen aus luftleerem Raum. Wer Frau Wagenknecht will, hat natürlich immer Oskar Lafontaine mit im Gepäck. Und das ist jetzt die dritte Partei, die Oskar Lafontaine aufbaut oder zerstört oder wieder verlässt. Oder wie auch mit dem verheiratet, das muss man vielleicht für den einen oder anderen sagen. Genau, das ist ja die Ehefrau. Und ich sehe viele, viele Parallelen. Also ich bin mal eingetreten wegen Oskar Lafontaine in die SPD, muss ich dazu sagen, weil ich als junger Mensch von ihm begeistert war. Ich fand es dann schon die Art und Weise seines Abtritts in der SPD problematisch. Dann hat er ja groß die Linke beziehungsweise die WASG aufgebaut. Dann war er im Landtag im Saarland mit der neuen Partei. Dann hat er die wieder verlassen. Jetzt sozusagen der dritte Anlauf mit der neuen Frau an der Spitze. Also ich glaube, man muss den Leuten tatsächlich, egal wo man politisch steht, auch klaren Wein einschenken und sagen, das ist nicht nur Frau Wagenknecht, die bisher ja auch noch nie Regierungsverantwortung irgendwo hatte. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Sondern es ist in großem Maße auch Oskar Lafontaine. Und ich glaube, Oskar Lafontaine hat immer von Protest profitiert. Eigentlich nur von Protest. Weil regiert hat er nie lange. Da ist er dann mehr davon gelaufen. Und im Saarland hat er deshalb lange regiert, weil er gegen Bonn protestieren konnte, was Bergbau und so weiter anging. Also insofern sehe ich das schon ein bisschen problematisch, was Frau Wagenknecht da so von sich geht.